Ich geh drauf, Halleluja, ist ein bisschen krass hier unten, da kommen die Gorilla aus dem Lande der Gerechtigkeit, der scheiß Skeletton. Niklas, komm mal hier helfen. Ich bin hier schon komplett unten. Nice. Skelett bellt sich gegen Spinne. Ja Niklas, ich bin auch komplett unten. Sag doch, du sollst mal helfen, komm mal, Jens, da runtergefallen. Sollen wir jetzt endlich sterben? Ja, nee. Wir müssen nur zwei Skelette kriegen, dann haben wir die Sache geregelt. Ja, alles gleich. Bei mir ist schon eins. Und einen Creeper sehe ich jetzt schon. Unten noch ein Skelett. Komm Creeper, geh hoch. B1 gestorben, ein Skeleton. Ja, bei mir auch. Oh, nice hit. Alles geil mit dem Flächenschaden, alles geil. Jetzt hat es natürlich alles weggesnackt jetzt. Ja, ich muss ja durch die ganze... Guck mal, Jens, da bist du eigentlich wenn du, ey. Ich hab's ohne Schild, ohne Rüstung überlebt, ey. Ich muss durch die ganze... Ja, ich hatte ja vielleicht nur ein Leben, als ich unten angekommen bin. Ja, man benutzt halt mal sein Schild, ne? Während alle um mich herum waren. Ja, Schild benutzen. Wie soll ich denn zu euch rüberkommen? Oh, da wollte ich auch gehen. Ja, da ist ein Enderman. Können wir den Enderman killen, wenn wir alle Rüstung haben? Hm. Dauert lange, ne? Warum? Ja. Wo sollen wir den herkriegen, die Rüstung? Indem wir farmen. Ja, du bist dann doch eh schon anderen Enderman gefunden. Was willst du denn jetzt mit Endermans? Ja, hier ist doch einer. Den müssen wir doch bumsen, Junge. Damit sich hier frei... Warum müssen wir den denn bumsen? Ja, damit wir frei rumgucken können. Du kannst aber so frei rumgucken. Du darfst halt nur dich direkt angucken. Ja, aber die machen halt richtig heftigen Damage. Du bist nach zwei jetzt tot, ohne Rüstung. Ja, deswegen müssen wir uns angucken. Auch ein Creeper, nichts weg, ja. Okay, also warte. Ich benutze meinen Classic Weg, den ich super markiert habe. Achte, wo habe ich denn hier eine markiert? Ich habe den eigentlich gar nicht markiert. Das ist seriös. Ein Creephole. Creephole. Aue. Aue. Wo bist du eigentlich, Jens? Hier oben. Ah, da. Ach, warte. Das Eisen kann ich auch noch abbauen. Das sieht sehr viel aus. Und gut. Ja, Gold. Boah, mit dem Schild jetzt hier. Glück auf, erzähl. Was hast du gemacht, Jens? Ja. Mit der Sache geboren. Da kommt ein Creeper hinter dir, Leon. Äh, der kommt ja nicht hoch. Neue Steine. Was hat denn? Diorit. Ich habe gerade nicht neu. Neu? Genau nicht. Ach, hier ist der Lapos Lazuli. Hast du vergessen abzubauen? Der seriöser Mann. Alter. Gehst du mir so auf die Klöten, ne? Du. Du scheiße Fick. Sklotton. Äh, ja komm. Gib mir doch direkt einen Punch ins linke Hoden. Loch. Ins linke Hoden. Erkennst es nicht? Loch. Loch. Alles klar. Jo, Enderman, was geht? Boah, die Minecraft Musik ist so schön dick. Ich habe die nicht an. Die finde ich gay. Boah, scheiß Gelatton. Komm her, Alter. Punch. 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 Ein, nur noch ein Leben. Ein Herz. Seriös. Äh, hier ist gar nichts hier im Spalte Gerechtigkeit. Ich finde, nur gereckt man ja seriös. Klar, ich habe schon 34 Eisen. Ja, ich habe gar kein Eisen bis jetzt gefunden. Nur Kohle. Ja, Kohle ist auch wichtig. Mhm. Ohne Kohle, 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 Kohle. Ohne Kohle können wir unser Eisen nicht brennen. Also eigentlich schon, aber Kohle ist halt das Beste, was es gibt. Oh, diese Creeper. Wo geht es denn hier hin, Alter? Ich dachte, es wäre ein... Ah, warte. Plane haben wir aber eigentlich nichts, wenn man die killt, ne? Was? Plane oder ne? Ne. Außer XP, glaube ich. So, Alter, so wird das hier gemacht. So. Ach, hier ist unsere geile Basis. Äh, das brauche ich eigentlich alles nicht. Aber ich habe schon einen Bogen, ne? Krass, vom Skeleton. Oh, das kann ich alles wegschmeißen. Das ganze Holz wichsen. Braucht kein Mensch. Wird das da drin? Okay, ein Gold tu ich auch da rein. Ich tu mal alles da rein, was ich gerade nicht brauche. Also, ich glaube, das ist, dass wir jetzt nicht mehr, äh, wie in derуст? Ich hatte auch... Ich glaube, das ist, dass wir jetzt nicht mehr, wenn wir jetzt mal wiederholfen können. Also, wir machen jetzt noch... Ich bitte auch... dass wenn du jetzt Zombies schlägst und so den ganzen Krab schlägst, wieviel du den abgezogen hast. Ich habe eine seriösen Kessel gemacht. Im Ernst? Haha, ich habe mich... ...verdingstet. ...vercraftet. Alter! Leon, Junge! Guck mal, kann man sich das nicht runterschubsen? Junge, hör auf jetzt! Das geht nicht! Ich dachte schon, jetzt bliege ich gleich wieder unten. Jetzt hau mal ab! Ja, beruhig dich mal, ey! So... Hau mal ab! Und jetzt schlage ich überliegst in der Lava, mein Freundchen. Guck mal, da sind ganz schnell abbaus hier. Das ist Enderman! Ja, den können wir ficken, Alter. Alles klar. Ja, Leon schlägt mich runter. So, Leon. Der Rest ist fertig. Guck dir den an, Alter! Ich komm. Au! Nein! Enderpearl hat er gegeben. Er ist tot. Ihr habt den schon gebumst? Ja, er ist tot. Ich bring ihn hier richtig seriös runter. Ja, er hat beide schon... Ja, komm, ey! Ja, der Rest der Eisen ist auch für dich, der Eis. Ah, klar. Den juckt das, ob du jetzt fünf Minuten früh oder später die Eisenrüstung hast. Außerdem hab ich den in den Kessel gegeben. Vielleicht in den Kessel. Ja. Spass haben. Ey, das Shit geht so auf die Eier, wenn du dich hochbauen willst, ne? Ja, der Rest also ist für mich zu erweisen. Äh. Ja, ich farm doch noch weiter. Ich hab schon wieder vier Eisen gefunden. Wir müssen gleich noch... Gucken, ob in der... Ob in der Lava noch so'ne Diamanten sind oder sowas. Weit unten sind wir da noch gar nicht, oder? Wir haben nicht mal Gold gefunden. Weiß ich nicht. Na, jetzt hab ich Gold gefunden. Gerade wo ich sag. Ich hab schon Gold gefunden. Ich hab auch. Ich hab's in die Kiste getan. Ich hab zehn Gold gefunden, glaub ich, oder sowas. Oh man, der Decke ist voll viel. Schon wieder Enderman. Ja, das müssen wir... Ja, der ist wieder hier unten, wo der eben war. Oh ne, sag mir nicht, ich hab den jetzt getriggert. Oh, Träger. Ich hab mich eingebaut, ne? Ja, komm. Ey, der hat mich jetzt damage gemacht. Ey, du scheiß Skelett, ne? Wo ist der? Ja, warte, ich geh den, ich geh den, ich geh den. Ich mach mit. Noob, alter. Warum braucht der sich, äh... Ja, ich hab Panik gekriegt. Warum kommt der da auf mich zu? Ah, Redstone. Ui. Mal Strick 77, ich boah mich einfach rein. Kann der nächste Mal machen. Die guten Minecraft Pro Trips, äh... Trips. Trips. Tipps, 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 tipps. Aber welche Höhe sind wir denn gerade? F3. Höhe 11. Wir sind doch perfekt auf C Diamant Höhe. Geil, sieht man alles, was ich habe. Oh ja, Endoku E7 4780K, 89 Ti. Oh ja, sexy. Okay, das reicht jetzt. Machst du kurz angeben, Antoni? Ja, kurz angeben. Ich wäre doch so ein Angeber. Wie wir alle wissen. Komm, hier muss doch irgendwo ein Diamant sein. Der ist hier geklaut. Nee, den hab ich doch gekauft, Alter. Ja, der war schlecht, ich bin jetzt. Ja, der war nicht schlecht. Okay, hier ist die Lave. Ich buddel mich mal entlang der Lave. Hier muss doch irgendwo ein fucking Diamond sein. Wir sind doch Höhe 11, die ist perfekt. Hier ist auch... Ja, Eisen, naja, natürlich. Welch Level seid ihr? 11. 8. Ah, ich bin 17, Alter. Ja, ich bin ja auch gestorben, ne? Ja, wenn man scheiße ist. Hm. Aber wenigstens habe ich es mit Ankündigung gemacht, dass ich jetzt erst erst sterben werde. Du hast Eisen gemacht. Was? Du hast es mit Swag gemacht. Ja, wenn du Eisen abfarbst, kriegst du kein Ding an. Du hast ja Kohle und Masse abgefarbt. Dann kriegst du ja auch... Nee, ich hab Eisen abgefarbt und Masse auch. Ich hatte so viel Eisen für eine komplette Eisenrüstung. Zum Beispiel. Ja, ich hatte schon mehr. Und ich hab auch noch... Ja, für schon hatte ich auch mehr. Ich sag ja nur, so viel hab ich auf einmal weggegeben und dann zack, war alles weg. Ja, aber du hast ja so viel Kohle abgefarmt, deswegen bist du auch so ein hohes Level, weil Eisen nix bringt. Eine Erfahrung. Ja, das stimmt. Oh, Redstone. Oh cool. Ja, genau. Alles abgefarmt. Ja, ich auch. Oh, ich bin am... Ich bin hier unten ist... Wie heißt die nochmal? Endstein? Schon. Ja. Ja, wir sind ja auf... Wenn du unten... Unten wo du warst, Jens, wo ich eingebuddelt hast, bist du Höhe 11, ja. Easy. Und zu Höhe 11, das heißt, das sind 11 Blöcke über dem... Grundstein. Oh oh. Weiß ich jetzt, das ist gut. Nee, das heißt das nicht, Leon. Der... Ja, da... Alles klar. Die sind aber unterschiedlich hohe. Ey, komm, irgendwo muss es doch Dias geben, Junge. Dias sind wertvoll. Eine wertvolle Backware. Backware? ALTER! Nicht dein Ernst, du scheiß Skelett, ne? Hier werd ich die Rosette polieren, ne? Ach, ist das spannend. Oh, Gold und Kohle. Aber kein... Ich hab keine Bock mehr auf die Season. Ich auch nicht, aber egal. Wir müssen das jetzt durchziehen. Wir haben keinen Bock mehr. War ja auch vorher klar, Minecraft ist doch das größte Drecksgame. Oh, jetzt geben wir Dislikes. Dann nicht. Ja, die neunjährigen Kiddies hängen das... Boah, derbo. Boah, Dislike. Minecraft ist cool. Ich geh immer auf Rewe, Server, hab Primo. Forever. Bei Gomme auch, bei Mindplex auch, weil... Bei Gomme. Junge, wo kommst du her, du Skelett? Ich komm grad vom Kindergarten und schon mit PC angemacht. Oh, ne. Wander das aus. Was willst du für ein scheiß Kessel? Warum auch so ein Kessel? Ja, weil Kessel sind... Legendär.